wir haben sonntag und es ist mega geiles wetter draußen aber der termin kalender ist voll mit aufgaben wir fahren jetzt erstmal in den alten klein kiteshop ich muss das paar stunden lang steuern machen ist mega geil hat man immer bock drauf und dann um 15 uhr treffen wir uns mit der in raum gestalterin in architektin ich habe keine ahnung wie man das nennt auf jeden fall hat die ahnung davon über den laden designt daniela schwede und sören und stepp kommen auch noch dazu und jeder sollte sich mal ein bisschen gedanken dazu machen wie man ein laden design könnte und wie wir auch die raumaufteilung machen wurde neoprien bereich hinkommt und die ganzen anderen bereiche die kiteboards hinkommen wie man das schaufenster vielleicht macht und alles und ihr seid bei den kompletten brainstorming mit dabei und worüber ich mich sehr freuen würde wäre wenn ihr das video kommentieren würde mit euren ideen wie man irgendwie was machen kann es gibt nämlich zum beispiel eine idee von sören ein bisschen aufdenken ja hau raus alles das wird dir aber nicht gefallen wird das was hierzu aber hast oben so ich sag mal so geld von so breit und dann kann ich von oben in den laden reinschauen oder was lässt du installierst hier tatsächlich so eine traverse einen kleinen motor hinten e-motor ja der ist dann halt quasi nach vorne ziehen dann hast du hier die kites hängst du da drauf und dann kannst du dir jetzt hier wenn jemand eingekauft hat ja sie sind wie wenn es ist so in der zwischen war oder die kunden müssen sich mit einer stange die kalt selber diese komische angelspiel das wäre schon witzig und ich weiß nicht das müsst ihr kommentieren oder oder vielleicht ist bei euch jemand dabei oder ich kann das ja einer von euch ein schienensystem eine decke zu befestigen dass die kites in ihrem rucksack an der decke so im kreis irgendwie durch den kiteshop durch durch also hängt durch wandern ich weiß nicht ob das technisch überhaupt umsetzbar ist ja ich habe mal nach so industrie schienensystem geschaut die man so viel lackierhallen benutzt und sowas viel zu teuer aber vielleicht sehen wir den wald von lauter bäumen nicht mehr vielleicht hat einer von euch eine idee wie man das tatsächlich umsetzen könnte also ihr seht wir haben schon wirklich schräge ideen und wir werden jetzt mal sehen was für die noch dazu kommen und letztlich was realisierbar ist von dem ganzen und da bin ich mal mega gespannt und teile das super gerne mit euch so 20 Minuten Zeit um in den anderen Laden rüber zu fahren, das schaffen wir locker und auf dem Weg dahin hole ich euch mal ein bisschen mehr ins Boot und zwar die Daniela Schwede, die hat von mir Fotos geschickt bekommen, nicht von dem wie ich will, wie mein Laden aussieht, sondern von Beispielen von Ladenlokalen, die mir gefallen und die blende ich jetzt alle mal einfach ein, die Bilder, dann wisst ihr nämlich genauso viel wie ich im Prinzip und sie wird daraus ein bisschen was zaubern und ich bin gespannt, was sie jetzt mitbringt an Ergänzungen und an Ideen, von der Richtung her, der Laden soll aufgeräumt und leer aussehen und soll halt einfach nur die geilsten Produkte zeigen, die ich habe und nicht so voll gewämmt mit Ware und sowas und mit so richtig viel Warndruck, das will ich nicht. Mein Chef hat damals mal gesagt, er hat lieber ein kleines Stück vom Kuchen, was richtig geil schmeckt und richtig lecker ist, anstatt eine ganze Torte, die einfach scheiße schmeckt. Und genauso wie ich das mit dem Laden auch habe, dass das einfach, dass das, was gezeigt wird, wenig ist, aber dafür richtig geil und auch geil in Szene gesetzt mit einer geilen Ladenbeleuchtung. Die Ladenbeleuchtung wird mir so eine scheiße Kohlekosten, da will ich gar nicht wissen, was die mich kosten wird jetzt heute. Da bin ich mal gespannt, dass man zum Beispiel einfach Schaufensterpuppen verwendet, wo man, dem man einen Neoprenanzug überzieht und sowas und dann halt von oben mit so einem richtig geilen Spotlicht darauf strahlt. Das sind so ein bisschen so die Vorstellungen, die ich habe. Und ihr seht ja jetzt so diese Einblenden von Geschäften, vom Design, die mir gefallen. Und das ist so ein bisschen so ein urbaner Look, urban, ja nicht vintage, es ist urban und so eine Art Industriedesign, also viel mit alten Holz soll gearbeitet werden. Ich finde diese Holzbohlen, die die Leute haben, wenn sie ein Haus renovieren, die Gerüstbauer. Die Gerüstbauer, Holz von Gerüstbauern, da habe ich auch schon mal mit einem telefoniert, da muss ich mal gucken, ob ich das Holz überhaupt bekomme. Also irgendwie kriegt man das schon. Und daraus sollen halt Tische gebaut werden und die sollen halt auch wie im alten Laden auf Wasserleitungen, also auf Rohren oder so ähnlich draufstehen. Oder tatsächlich auf ein Gerüst, wie von der Baustelle dann halt. Das ist so ein bisschen so das, was mir so vorschwebt. Das ist so ein bisschen so, was ich habe. Mit einer ganz dünnen Farbe, in Grau, richtig mit Wasser verdünnt, einmal rüberziehen, weißt du, immer in eine Richtung, sodass es dann auch, dass du einen Film drauf hast, der dann so lasurtechnisch drauf liegt. Ja. Und dann, ähm... Kann man so, dass sich der Peter einfach... Komm mal, das ist... Naja, das ist wenn... Kann man so, dass sich der Peter auch so runter sitzt. Komm mal, das ist gar nichts. Ja. Aber die ersten Stücke vom Boden, die gingen auch so locker runter. Das habe ich schon verstanden. Aber du kannst sie natürlich auch nicht vollkommen klar lassen, clear lassen, weil sonst, ich glaube, du sagst, du brauchst nicht so viel kaufen. Genau. Also da muss man so ein Mittelmaß. Genau. Ja. Und ich fände es bei der Größe des Landes, den du hast, wirklich absolut machbar, dass du Inseln schaffst, die nichts mit den Länden zu tun haben. Okay. Ja. Also, ähm... Natürlich nicht generell. Die Neos musst du aufhängen, an deinem Rohrsystem oder wie auch immer. Ja. Ist mir vollkommen klar. Und auch die Dinger, wenn du da sitzt, die Ponchos, die müssen ja auch irgendwo hängen. Ja. Ähm... Aber das sind ja nur zwei Sachen. Ja. Ja. Und, ähm, vorne die Ecke finde ich prädestiniert dafür, dass du wirklich in der Mitte was machst, ohne dass du an die Wände gehst. Also, dass du in der Mitte was aufbaut. Ja. Okay. Ja. Ja. Und dann halt, äh, was du jetzt meinst, zum Beispiel hier so eine Insel daraus zu bauen. Und das ist halt so einmal im Kreis so eine Haukunde, eine Kiste, da kann man drüber rumholen, was ja alles von getragen geht. Ja. Dass du einen Höhepunkt schaffst, also irgendwas hohes. Ja. Man kann's ja auch total kombinieren, was du jetzt gerade gesagt hast. Ja. Wenn man das Rohr, äh, in der Farbe genauso macht wie die Obstkisten zum Beispiel, ja, und auch so ein bisschen nuschelig macht, ja. Ja. Ähm, weil du kriegst ja ein Kunststoffrohr, das muss sowieso behandelt werden, wie auch immer. Also das kannst du anmalen oder lackieren lassen oder selbst lackieren. Ja. Und das halt eben der Höhepunkt wäre und drumherum dieses Chaos. Ja. Und dann hättest du schon mal eigentlich, da würde ich dann auch nicht mehr an die Wände gehen. Dann würde ich dann für die Leuchtung auch so machen, dass das der Spot ist und aus. Bei Neoprenzuhör, es gibt ja diese Hauben und Neoprenmützen, die man überzieht und Handschuhe. Und da hab ich mir gedacht, da gibt es viele unterschiedliche Hersteller. Und dass man jetzt zum Beispiel sagen würde, man würde halt eine Wand nehmen, mit so Styropor von Köpfen im Prinzip. Man würde halt irgendwie drei Köpfe nehmen, mit Hauben oder fünf mit Hauben, fünf mit Mützen und dann hätte man so Köpfe an der Wand, die angezogen sind, wo die verschiedene Modelle sind. Und dann halt, das würde ich mal schön finden, wenn du quasi so Hände hast, die um diese Wand rauskauen. Also auch mal jetzt mal ein Schaufenster gucken, so Händlergesund oder Stangen oder irgendwie sowas. Ne, Künstlerhände. 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 Und ich glaube, das würde ganz cool aussehen halt, weil du würdest alle Mützen sehen, also genau, du würdest alle Mützen sehen, du würdest alle Handschuhe sehen und die Neoprenanzuh. Dann hättest du halt in einem Bereich. Und bei Schuhen habe ich immer gedacht, Schuhe ist auch was, wo du eine große Auswahl hast, und die auch das ganze Jahr übergekommen werden. Da irgendwie mit der Wand arbeiten und sowas wie im Schuhgeschäft zu machen, dass man zum Beispiel jetzt Blech nimmt oder sowas, dass zum Beispiel dann irgendwie an die Wand und dann abknickt und dann stellst du deine unterschiedlichen Schuhe auf. Und halt auch wie im Schuhgeschäft, nur ein Schuh pro Modell halt, ne? Welche Sache davon, die Neos machen wahrscheinlich den größten Raum? Mit Abstand, ja. Den größten Raum, ne? Ja. So wie es bei dir im Geschäft praktisch auch ist. Ja. Ich würde das so machen, dass man halt so eine kleine Bühne baut, dann stellst du da eine Figur mit Neoprenanzug hin und stellst halt dazu passend, zum Beispiel die Neopskeit, was pink ist. Also schwarze Pinker Lesen. Also das ist wirklich so selbstverständlich. Komplett. Genau. So eine komplette Ausrüstung mit einem Design-Arbeit. Ja. Ja. Finde ich auch total. Finde ich auch total. Die gibt es halt auch so nicht. Nee. Also sonst ist halt immer das für so ein einziger Ausrüstung. Genau. Du rennst durch die ganzen Lagen durch. Das ist nicht das Problem. Genau. Das ist so dieses... Deswegen aber für das, was ihr jetzt gerade gesagt habt, für so eine Bühne, also sprich so eine kleine Insel, werden ja mehrere Podeste im Laden verteilt. Sehr schön, ne? Ja, genau. Das ist wirklich so, wie so eine Ausstellung. Genau. So eine Kunstwelle-Gremium hat halt. Genau. Oder man macht das wie bei Olymp und Hades. Sie haben in der Mitte vom Laden eine so eine große Erhöhung, die sind so auf Kniehöhe oder sowas. Das wäre also einfach diese Einzelnen, immer so Kästchenweise. Ich finde es halt ganz cool, wenn es Einzelnen sind, dann kann es komplett um oben laufen. Ich meine, wenn wir drei durchgehen, das hat es dann aber auch immer noch rechts und links vorbei. Ja, und du musst ja auch mal bedenken, dass... Also das Schönste ist ja eigentlich, wenn du die Leute schon einmal quer durch den Laden bekommst, als wenn du sie immer noch an einer Ecke hast. Also du möchtest das schon. So, und wenn sich jemand für Pink interessiert, dann geht jetzt zum Beispiel hier in die Ecke, hier steht so ein Podest mit einem kompletten Equipment drauf. Ja. Keine Ahnung. Dann ist der jetzt erstmal hier mit noch drei Leuten, die sich das angucken wollen. Aber jemand anderes interessiert sich für Neon-Gelb, weißt du? Und das ist hinten in der Ecke. Ja. Also ich finde, das verteilt sich dann auch einfach ein bisschen besser, ne? Also das wäre nur mit Kleidung. Wie viele, wie viele... Also einmal Kategorien hast du ja im Endeffekt große Kategorien, zum Beispiel im Neoprenbereich, wo auch Trapeze zu zählen würden. Genau. Und dann hast du einmal Bretter. Genau. Einmal hast du Schirme. Und dann hast du einmal noch Klamotten, im Sinne von wirklich Klamotten. Ja. Das würde ich sagen, sind die vier großen Breiten. Wenn man hat, musst du irgendwo einen Bereich, ich sage mal, Künstl-Kramsatz zu beurteilen. Genau. Bei Brettern habe ich mir gedacht, könnte man... Irgendwie muss man Schaufenster ja nutzen. Ich habe irgendwie gedacht, dass man die Kiteboards zum Schaufenster hinstellt, dass man eine kleine Bühne hat, knapp über der Heizung, und es dann daher die Bretter halt so aufwägt. Nicht? Ich würde mich nicht mehr an. Wenn du hier den Besten hast, zum Beispiel, ist das die Bestfrage, Schaufenster, und dann willst du mich mit dem Schaufenster auch schließen? Ja, das stimmt. Ich würde auch das Schaufenster überhaupt gar nicht als Schaufenster nutzen. Ja. Wunderschön. Und das ist einfach nur eine riesen Lichtform. Und du hast hier sogar noch den Vorteil, dass die Rollen hier so hoch sind, dass du unbedingt direkt Gesicht halten kannst. Ja. Das heißt, du hast auch nicht krasses Sonnenlicht, sondern du hast einfach einen schön ausgeleuchteten Morgenkorb. Ja. Aber ich würde es auch nicht machen. Okay. Ich kann auch mal das Schaufenster zu dekorieren, das umzustellen. Und da hast du ja auch das einfach verschießen. Egal. Da braucht nur irgendwas aus Textil drin zu sein, da ist es auch verschossen. Ja. Okay. Und du musst es pflegen und du musst keine Ahnung was. Schaufenster, finde ich, muss man auch immer pflegen. Und so braucht man die Scheibe zu putzen. Ja. Und dann ist gut. Ja. Also würde ich auch. Ich würde das Schaufenster auflassen, weil Schaufenster wird ja von normalen Menschen immer als Schaufenster benutzt. Ja. Und wenn du das nicht normal haben willst, das ist weg. Ja. Aus wenigstens, dass sie in den Laden reinschauen, in den Laden reinschauen. Ja. Genau. Da kannst du dir höchstens überlegen, ob du die Fenster dann einmal verbreitest und da so eine Art Sitzfläche drauf machst, aus altem Holz oder sowas, weißt du so, mit drei Sitzkissen auf der einen Seite noch drauf und die Leute sich dann wenigstens in eine Position setzen können. Ja. Hast du den Gedanken darauf, wie man das so in dieser Couch machen könnte? Ich fände, die Couch würde am besten stehen, wenn man an der Boden war. Und ich fand es schön, ich habe nicht jedes Feuer gebaut, habe die letzten zwei Wochen nicht bestanden. Halb-Uhr-Wand. Halb-Uhr-Wand, ja. Ja. Also ich finde, der Raum würde schon hergeben, dass man irgendwo nochmal eine halb-Uhr-Wand, eine Trockenbauer-Wand einsetzt, wo die Couch dann steht. Ich? Also, dieser Raumteil der Geschichte finde ich super cool, aber ich würde nicht eine Wand nehmen, sondern ich finde diese, was ich dir geschickt habe, mit den Gitter, irgendwie sowas zu machen. Oder, was du gesagt hast, mit den Ketten eine Wand aufhängen, Ketten runterlassen, dass man aus diesen verrosteten Ketten eine kleine Wand halt irgendwie macht. Verrostete Ketten ist aber wahrscheinlich auch für Videos schlecht, oder? Das ist wirklich krisselig, oder? Oder wenn du eine Faust weg ein wirst. Ja, aber dieses Sofa haben vielleicht die Videos tatsächlich. Auch? Also zum einen als Szene, um Interviews zu machen zum Beispiel, aber halt auch für Kunden, die sich dann hinsetzen und sich irgendwie einen Kaffee ziehen oder irgendwie ein Bier trinken, oder irgendwas. Ob direkt daneben ist ein Kaffeeautomat stehen, so ein Automat und ein kleiner Kühlschrank mit Bier drinnen, oder ob ich das von hinten hole oder sowas, das weiß ich noch nicht. Aber irgendwie soll das auch was sein, wo die Leute sich hinsetzen. Oder wo, ja, wenn die warten müssen, dass sie sich mal kurz hinsetzen. Oder wenn ich die berate, das muss ich dann auch hinsetzen. Das kann sogar ruhig in den Couch sein und Sessel dazu oder sowas. Und du hattest schon mal gesprochen, dass das hier für die Aufnahmen wahrscheinlich zu hellhörig sein wird mit der Straße. Wie ist es? Hab ich es mal... Ja, ist es, ist es. Meinst du nicht, dass sich das ein bisschen ändern wird in dem Moment, wo der Raum hier eingeräumt ist? Ansehe ich schon, aber das Problem ist einfach, dass in dem Moment 94% der Zeit, dass man ein Mikrofon auf der Kamera machen wird und die Kamera wird dann immer im Umfeld von der Straße gerichtet sein, und wir da von Geräuschern kommen. Wenn du es mal ansteckend davon machen würdest, wäre es kein Problem. Ja. Dann hätten wir halt das Problem hier, weil dann wirklich eine Stimme draufhängt. Ja. Dann wäre es auch am schönsten, weil theoretisch ist es am schönsten, weil du hier indirekte Sicht hast und das ausläuft, dann kannst du es noch nicht. Weil hier oben, ähm, zwei Sachen, da soll die Unterhaltung gehen, ne? Was soll die Unterhaltung sein? Bei mir ist es zum Beispiel so, ich weiß nicht, wie meine Firmen sind, aber wenn jetzt hier nichts mehr vorsteht und das einfach so ein Raum ist, ja, da geben Leute jetzt nicht eine Kabine und du kannst komplett gucken. Macht das den Menschen was? Ach so. Ganz ehrlich gesagt, also bei dir, bei denen, wenn du jetzt in den Laden ist das ja so, das ist ja Muschelicht, da kann man ja gerade mal schauen. Ja. So, hier ist es ja aber so, wenn ich da jetzt, ich kleine Pumpe sehe, dem Neoprene, und ich würde aus dieser Kabine rauskommen und da steht, ne, und die man nämlich komplett sehen kann in dem Moment, ja, von oben bis unten, würde mich das nerven. Ja. Du sagst, ihr könnt ja wahrscheinlich sowieso das total vermuten, deswegen ist das ganz egal. Wenn, zwei Sachen, wenn jetzt hier noch unten, hier, dem Bereich, noch eine Alkohol-Band wäre, und hier, das Lohfabrück stehen könnte, dann hättest du hier hinten einen Schutz für die Umkleidekabine und, was ich auch noch ganz cool finde, du musst natürlich drüber gucken können, aber du könntest hier diese Wand nutzen, um noch Regale anzubauen für irgendwas, was du verkaufen willst oder für eine Kaffeemaschine oder ich weiß nicht was, und dann hast du dieses Kühl darauf auf der anderen Seite nicht stehen. Wenn jetzt hier noch Das würde schon mit dem Taubenaufruft funktionieren, wenn wir ja ein Richtmikrofon haben, das würde von der Straße in diese Richtung. Das ist, das hörst du trotzdem. Ey, das ist aber auch fast egal, du bist mit einem Elfabrück durchgeschossen geworden. Das ist wirklich fast egal, das liegt einfach da, aber das ist halt einfach verglasen, was anderes zu halten. Und dann könntest du dir zum Beispiel überlegen, ob du nicht dann hier an der Ecke, hier in der Ecke zum Beispiel oder hier als Abgremsung nochmal 3,5 Meter Leuchten nehmen möchtest. Man weiß, wie das möglich ist, aber um das nochmal so zu fokussieren. Dann kannst du hier noch eine kleine Karte und hier noch einen Sessel. Und wenn die Leute sich da rumziehen einen Spiegelfront haben, dann könntest du auch den Glöterkram nehmen, den du so hast, den du zu verkaufen hast. Weißt du? Könntest du gut verstecken, also du kannst ihn verstecken. Ich würde die Wand nicht allzu hoch machen, aber schon so. so gut, ne? Ja. So. Und davor dann hast du noch mal einen schönen Durchbruch und... Ich würde mich fast schon zu den Kör machen, wie das Video einfach. so gut machen. Und wenn du hier vorwand hast und sonst... Ich glaube, das würde komisch aussehen, wenn du dann halt die Unterbrechung hast und dann hast du oben so ein Stück Luft und dann kommt die Wand da drüber. Weißt du? Ja. Es müsste eigentlich von einer Farbe gestrichen sein und dann fällt es nicht ab. Oder so. Genau. Also es müsste... Farbmäßig du musst das entweder sich zurücknehmen, dass du halt eben sagst, äh... keine Ahnung, die... die Säule das, was jetzt dunkel ist, machst du Anthrazit und die... Ne, Anthrazit geht ja wieder nicht, wenn du denkst, stimmt. Die machst du... Und die Hintergrund machst du auch ping, oder? Oder du machst sie halt weiß und weiß, ist ja auch okay. Ja. Ich fände es sonst auch cool, wenn du so jetzt eben was machen würdest als Video ausläufen würdest. Also... diese alten... gibt es ja jetzt diese alten Industrie... quasi, wie einfach eine schlumpfende Fassung mit so einem... mit so einem Stromkabel, das diesen... äh... 10, 15 Stück in verschiedener Höhe wo man denkt... Ja. Dann hast du... A total cool ausläuft, und B hast du... fällt das Problem und dann kommt da rein. Ja. Also das würde ich cool finden. Das wäre ja... Genau. mit der Hand ist es auf jeden Fall... Ich glaube, mit Augenkleider ist es halt schon... wirklich... Ja, das ist ein Argument, das ist schon richtig, das soll man schon... verdänken. Das muss noch ein bisschen intim bleiben. Dann haben wir noch... Sören hat da eine Idee, die finde ich ziemlich geil. Okay. Da wissen wir nur nicht, ob das überhaupt technisch realisierbar ist. Ich finde... Also wie gesagt, wir können alles... Ja, die Frage ist, was das kostet halt auch. Ne? Ähm... Und da weiß ich nicht, ob es... Man muss gucken, was die Decke hält. Und die Höhe ist ein bisschen zu hoch. Ein bisschen zu hoch. Ja, es müsste halt direkt unter der Decke sein. Das Ding ist, die Decke ist deutlich höher. Man könnte auch sowas machen, dass man... dass man vielleicht... ich weiß nicht, ob es technisch geht... ein paar Platten rausnimmt. Genau. Und man weiß nicht, mit dem Schiebensystem so, wenn man den aus dem Lackier haltet, dann hängen so ganz lange Stangen drauf. Und dann würde man da halt die Rucksäcke dranhängen oder so. So würde natürlich dann über jeden Fall laufen. Aber ich fand es uns noch eine andere Idee, tatsächlich ganz cool, dass du euch wirklich ein Wand hast, wie du es halt gesagt hast, mit Kaltzimmer und Bohr, sondern halt zum Beispiel aus... quasi ein Blech ausschlanz, und dann quasi den Namen des Brands hast, und dann oben mit dem Schild, und dann drunter dann halt jeweils drei verschiedene Kaltzimmerhersteller und dann hast du halt gerade schon einen Hersteller miteinander und so halt die Kaltzimmer präsentieren. Dann hast du nämlich dieses Gefühl, so mit 50 Kaltzimmern den legal zu schenken. Ja. Genau. Das wurde grundsätzlich die meisten Kaltzimmer im Lager haben. Genau. Und das Ding ist dann einfach, so ein Rucksack ist ja auch nicht schön, weil der es irgendwie nichts sagt. Genau, der es nichts sagt. Der ist einfach nur nichts. Ja, also... Ja. Zweifelsfall ist man auch irgendwie schmutzig vom Strand. Also... Wenn man mit den Baugerüsten arbeitet, also mit den Polzern vom Baugerüsten, könnte man auch überlegen, irgendwo im Gerüst halt da sich hinzustellen. Und da drunter könnte man das dann zum Beispiel... Das ist ja auch gerade. Man könnte ja auch mit dem Rohr zum Beispiel... Das Wasserleistungsbau ... Da mit dem Käppchen auch. Das ist quasi, wenn es so stehen, das ist immer etwas. Ja. Ja, was ich bloß auch immer bedenke ist, ich finde es ja am schönsten, also alle Sachen, die wir jetzt hier so besprochen haben, auch so eine Leitbauer, das sind ja alles Sachen, die sind nicht wirklich fest installiert. Das heißt, du kannst in einem Jahr einmal komplett räumen. Ja. Ich finde es ja auch eben schön, wenn du sagen kannst, wir bauen uns dieses Wochenende einmal komplett um. Ja. 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 Also alles, was du anfängst, richtig zu installieren, ne? Also richtig zu installieren, das ist fest. Ja. Ja. Platz, um hier einen Baugerüst hinzustellen, einen Dings ohne Bohlen, ja, hast du auf jeden Fall. Ja. Und so ein Baugerüst, was noch so ein bisschen abgeschrabbelt ist, da kannst du natürlich auch, wenn oben noch Bohlen draufliegen, auf zwei Etagen, da kannst du natürlich fette Haken anbauen und da kannst du auch in verschiedenen Höhen deine Kiles-Fontanien platzieren. Ja. Man könnte halt auch diese Idee, die du hattest mit den Ketten und mit den Neoprenanzügen auf die Kiles umwandeln. Ketten und dann hängst du halt, da sind immer jetzt so ein Baugerüst, vier Ketten runter, an jeder Kette hängen dann halt vier Karten, also jede Kette hat einen Hersteller und dann hängen da nicht, was hast du denn so? Ey, ich weiß nicht, das ist zu unaufgewandelt worden, weil Rucksäcke untereinander, sieht es halt gut. Ey, Kitesrucksäcke, das sind aber scheiße aus irgendwie. Ja, was, wenn du da irgendwie so ein bisschen viel reinbringst. Ja, so mechanisch ist das immer gut. Dann zieht das halt gerade bei solchen Sachen und dann machen wir auch noch mehr raus, als wenn es halt völlig ist. Also, das wäre doch gegeben, wenn wir jetzt eine Reihe mehr reinbringen. Ja, wäre schön, die Kette, der eine kommt dann nach rechts weg, der eine kommt dann ein bisschen nach links weg, dann geht ein bisschen höher. Wenn du es aber geballt machst und eingrenzt, also wenn du es geballt machst und eingrenzt, indem du sagst, ich nehme jetzt diese 1,50 Meter oder 2 Meter und hast links und brechst eine Abgrenzung, dann hast du ja nur, dann sieht es aus wie ein unaufgeräumter Kleiderschrank, und du brauchst immer die Abgrenzung. Du brauchst immer die Abgrenzung, weil solange du eine Abgrenzung hast, das tut. Wenn du jetzt natürlich hier einfach nur Ketten dran machst und hier ein bisschen und da ein bisschen, sieht es unordentlich aus. Sondern in dem Moment, wo du direkt so wenigstens eine Abgrenzung hast, weil es wirklich ein Baugerüst ist, jetzt mal angenommen, dann hast du ja hier drinnen das Chaos. Ja. Und dann sagt das Auge schon wieder, ist vollkommen okay. Ja. Da könnte man dann oben in die Bretter von Baugerüst noch Spots reinbauen. Ja. Sodass du von oben das Licht hast. Ja. Ich glaube, das lösen können tatsächlich Bretter. Bretter? Bretter kann man vielleicht darzustellen. Also gerade, weil wir doch relativ viel da sind. Ach so, kalt los. Ja. Wie flach denn da? Das sind bestimmt sexy Marken, jedenfalls zwei Bretter. Also 14, 15 Bretter. Ja. Und dieses gestarpene Seite an der Wand will ich nicht mehr haben. Nee, genau. Also, man könnte halt, wenn man jetzt eine Wand, es gibt so ein Board, das kostet 1600 Euro. Ein Brett an einer Wand und das nachher anstrengen. Das ist eine teure Bret dann halt, ne? Ja. Hi. Hallo. Was Daniela auch gesagt hat, nicht das Schaufenster dekorieren. Das eine Mal ist, wir wissen alle, ich habe da keinen Bock drauf, und ich werde es nicht machen. von der Sonne aus. Ja. Und wenn man das halt nicht dekorieren, in die Scheiben immer sauber sind, dann zieht das die Leute noch so ein bisschen rein, dass man so diesen Hauchen mit Trapezen sieht, dass es so einladen ist. Und dann sieht das so einladen. Ja. Genau. Ja. Ich würde es gut finden, wenn da so Boards präsentiert sind, glaube ich. So auch eins quasi auf... Du warst jetzt noch nicht dabei. Du warst jetzt noch nicht dabei. Wie würdest du Boards präsentieren? Ich würde mal kurz schauen. Ich würde immer... Ich würde immer so ein Highlight setzen. Mit... Ja, auf einer Bühne vielleicht ein Board-Dude, der sich dann auf einer Plattform dreht. Habe ich auch schon dran gedacht. Ja. So wirklich. Hier wird echt viel. Ja, das muss sein. Ganz schön dran drehen, so ganz langsam. Ey, das kostet auch nix. Alter, ich würde 500 Euro im Monat für Strom bezahlen. Ach. Würde ich jetzt mal schätzen, Kraftoperator, und zudem schnitt das Roller-Maker. Ja. Dann weiß ich von anderen Abhängen. Und... Es... Ja, ich... Habe ich auch noch einen Zettel. Man müsste eigentlich mal das Thema Feul auch behandeln. Wirst du das? Das sind so Bretter, die so einen langen Rasten und Flügel da drin haben, und dann später... Total östesthetisch zum Ausstellen. Ja, ich gar nicht. Ja, die muss man... Ja, die muss man... Naja, wenn man die wirklich... Wenn man zwei Stück mal richtig aufstellt, dass die Flügel stehen. Also dafür ist die Eile tatsächlich die Kreischen, wie Casey das quasi in seiner Werkstatt gemacht hat. Das ist so zum Beispiel... Das ist so zum Beispiel... Da du zum Beispiel sagst, du hast nachher den Mast eingefangen und du hast die Flügel mit Fügel schneiden. Die sind wieder flach. Ja. Und davon kreist du dich quasi. Zum Beispiel eine schwarze Farbe. Ach, wie Werkzeug. Genau. Das ist geil. Und dann kannst du halt... Ein, zwei Schlüschen, mit Foil. Ja. Ein kleines Set halt quasi. Oder deklarieren. Wie gesagt... Also das Coil halt quasi auseinanderbaut. Dass du Flügel und Mast halt einzeln hast und Brett. Und das machst du halt dann eine Wand zum Beispiel für das Set. So hängst du halt. Hängst du halt. Hängst du halt. Hängst du halt. Das meinte ich gerade auch mit so... Da würde ich es auch richtig drauf machen. Genau. Aber das Problem ist halt, die wechseln ja auch immer. Also auch so, wo Länge, wo Länge würde man hinkriegen? Foil Setup. Also, dass man eine Wand nimmt und zwei Foil Setups komplett. Genau. Hell. Hell. Halt dich fest. Du musst halt so blöde. Ja, blöde. Ja, blöde. Genau. Ich finde es halt immer cool, wenn es nicht so Verkaufsgeschäft mäßig ist. Sondern gerade beim Kleinen, mit dem Searchout kommt, finde ich, wenn das so ein bisschen... Also nicht freundschaftlich, aber so... Das willst du ja auch aussparen. Deswegen finde ich es halt tatsächlich cool, wenn du nicht so Verkaufstresen wirklich hast. Und dann halt so einen Stehtisch, vielleicht darunter halt tatsächlich so einen Mini-Kühlschrank irgendwie mitgetränken, wo man sich dann halt einfach hinstellen kann und den Restsein versprechen kann. Das geht in die Richtung, was Mirko vorgeschlagen hat. Also jetzt mal ein Design aus dem Vorarm, nur so vom Workflow. Man hätte hier die Kasse, wo man halt bezahlt durch meine Unterlagen die unterliegen hat, wo die hier vielleicht noch einen Rechner hat oder sowas. Und dann würde man die Theke hier nochmal verlängern und hier zwei Bar-Wocker hinpacken. Genau. Und dann können die Leute hier den Kaffee selber ziehen und sich dann da auf die Couch setzen und wo man hier an der Theke sitzen bleibt. Ja. Man muss auch irgendwie immer langsam einschneiden, wo du über Kaffee ziehen willst, ne? Ja. Überall. Ja, ja, ja. Also da hat man die Kaffee nicht cool, aber wenn dann mal... Ist das denn eine Idee? Nein, aber dann hast du hier an der Couch, ne? Nee. Also ich finde die Idee tatsächlich ganz cool, weil, was man noch überlegen muss, du hast halt auch relativ viel Kleinkrankes im Zubehör gehalten und sowas. Ja. Und das finde ich ist immer ganz cool, wenn das halt hinter so einer Ladentheke ist und nicht halt direkt im Ladenlokal so zu anfassen. Ja. Ich finde das super edel, wenn man halt so eine Vitrine hat und man hat dann halt so einen WU-Sensor, das ist so ein kleiner Chip, den baut man sich aufs Brett drauf, um die Sprunghöhe zu messen. Und dann hast du halt wirklich eine Vitrine, eine Schublade, also eine Etage, irgendwie so eine Vitrine halt, und dann hast du nur einen Sensor drin stehen, einen WU-Sensor und einen Pi-Sensor und sonst nichts. Das würde super edel aus. Und auch das Kite-Boot, dass du einfach mal eine Etage hast, wo ein Kite-Surf-Buch drin ist. Das finde ich super schön halt. Ich weiß nicht, ob mir das schon fast zu klingen wäre. Das finde ich. Also gerade für so Kleinkrank, es soll ja doch, also du willst so ein bisschen Showroom-Charakter haben, aber es soll ja trotzdem irgendwie so, so wie der Kite-Shop, wie der Surfshop von dem anderen aussehen, und das irgendwie so ein bisschen, also nicht unordentlich, aber so ein bisschen aufeinander, gerade bei Kleinteilen, finde ich das halt schon ganz cool. Okay. Ja, da muss man echt die Waage finden. Genau. Ja. Ja, das ist das Ding. Aber du musst ja auch, du musst ja auch, wenn du Neo anziehst, du musst ja die Knie gehen. Ist ja geil. Ist ja geil. Das ist Oberhafen typisch, Einfach, wenn du halt in deinen Videos das machst, auf diesen so kahlen, scharmen Teil, weißt du? Ich weiß nicht, vielleicht kommst du und sowas dran. Wir waren nur bei Shisha und die haben so ein riesengroßes Steuerrad mit so einem Schiff an der Wand. Genau. Das sieht geil aus. Und das ist also mehr, mehr, noch mal anseherartig, genial. Das ist, das ist, 3D oder Ne, ein echtes Schiffsrad, so ein altes Schiffsrad. Achso. Weißt du, weißt du, weißt du, wenn du das wegklopst, dann hast du zum Beispiel so drei Blätter nebenan, dann hängst du eine Kette von oben rum und lass auch dran sein. Ach, die schreit auch raus? Ja, beziehungsweise ganz entgegen, weil dann stehe das hier raus. Okay, was meinst du? Du brauchst das komplette Ding halt nicht weg. Lässt du hier zum Beispiel Mauer stehen. Und dann hängst du von hier oben, hängst du an der Kette und hast hier die Bretter quasi als Begrenzung als Eingang. Statt Scheibe. Genau. Ist mega geil, die Idee. Ich weiß nicht. Ich kann uns komplett raus schlagen. Ich finde das Ding echt nicht geil, muss ich sagen. Ich finde es voll geil. Windfang hier. Windfang finde ich auch mega. Kann ich auch gerade sagen. Also die Idee mit den Kites finde ich jetzt auch gerade gut. Bloß ein Windfang hat ja auch seinen Grund. Eben drüber nachdenken. Also ein bisschen Grund hat ja ein Windfang immer. Das heißt, er fängt den Wind. Das heißt, wenn du hier Winter hast. Ja. Ja. Also. Ja gut. Ja gut, ich schau mal auf. Das ist Einfachverglasung hier. Ja, natürlich. Aber bei der Einfachverglasung kann man ja mit dem Vermieter noch mal sprechen, ne? Ja, ich glaube nach der Nummer hier mit dem Boden ist wie eine Vermieter nicht für viel zu sprechen. Jetzt haben wir zu Strukturen. Hier drin soll ja gefilmt werden. Aus. Ha! Ja. Ich denke arbeiten. Ja. Ich würde nicht filmen. Ich auch nicht. Soll ich dir sagen, warum? Viel zu klein und viel zu... Hier ist keine Decker. Verkettet. Keine Chance. Das ist das Schlimmste, was du machen kannst. Außer dem? Hast du hier? Ja gut. Also. Gut, wir wissen aber, es ist so oder so passiert. Was wäre die Alternative? Wo könnte man dann füllen? Da. Ich frage sie, was willst du denn? Ne, warte. Erstmal gehst du in dein Büro rein. Ja. So gut. Der eine sitzt halt. Okay. Ja. 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 Aber total viele. Ja. Bilder und so helfen ja auch schon. Ja. Dann können wir noch Regale runterlaufen. Ja. Als Problem sie denken will. Ja. Sonst hängt noch hier ein Segel da. Ja. Ja genau. Ja. Hängt gleich. Ja. Haltes Tuch. Ähm. Ja. 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 Das ist mega. Ja. 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 Das war da einmal in der Höhe da oben. Ja. Da komm ich nie an. Ja. Da musst du denn so eine kleine Bibliotheksleiter kaufen. Ja. Ja. Also das ist das oder du bist immer da. Ja. Also nochmal so eine Trockenbauwand hier einmal so. Damit es einfach nur dicht ist. Und dann ja. Und ansonst dann einfach hier aus. Und dann einfach weiß oder was. Ne. Die alte Flasche. Die finde ich auch geil wie die Friesener. Echt? Ja. Finde ich auch grottelig. Echt? Ich finde es geil. Ich finde vor allem die Kombination von den Füßen sind grottelig. Ich finde es gut. Hier einfach wieder alles runterkratzen an Farbe oder nicht, Daniela? Finde ich auch cool. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.